Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zum 137. Video der Reihe Programmierschule. Heute wollen wir wissen, was ein Netzwerkprotokoll in der Informatik ist. Hierzu lernen wir. Ein Netzwerkprotokoll, auch Netzprotokoll, ist ein Kommunikationsprotokoll für den Austausch von Daten zwischen Computern bzw. Prozessen, die in einem Rechnernetz miteinander verbunden sind. Die Vereinbarung besteht aus einem Satz von Regeln und Formaten, Syntax, die das Kommunikationsverhalten der kommunizierenden Instanzen in den Computern bestimmen, Semantik. Das war es für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann liken und teilen Sie ihn bitte und abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal. Vielen Dank.